Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben ja noch die Verlosung offen vom Gold, vom Hannermal Goldwaschen. Und gemeldet haben sich zwei. Und von dem her, ja, würden wir es jetzt auslosen zwischen dem Pilzglück und dem Robert und mal schauen, wer es bereitet. Der Pilzglück ist der Gewinner. Willst du mich noch wie einen Kommentar informieren, ob du irgendwelche Social Media hast, wo man dich kontaktieren könnte? Zwecks Übergabe.